warum ist das rutschig hier oh mein gott digga das war gerade die beste erste phase die ich jemals hatte das heißt halt nichts leider weil ich halt gefühlt jedes normal phase mitnehme alter ja was passiert hier hat ja was ist passiert am ende der war fast tot ja wenn wenn der fast tot ist es noch nicht vorbei also keine sorge danach kommt noch eine komplette phase wie lädt er sich wieder auf oder was ne der lässt sich nicht auf aber der geht noch für 20 30 sekunden weiter musst du dort nur ja ja sonst wäre es ja zu einfach ich sehe nichts ich glaube das ist das main problem die minimal eingeschränkte sicht würde ich mal sagen auch noch minimal warum ist so ein riesiger easy phase hier ja weil die nerven die bouncen einfach rum und killen dich ich sehe mich nicht ich sehe mich doch nicht was war das digga ich habe ich habe gerade kein damage genommen so fast in der ersten phase kannst du endlich fliegen ja ok wow warum gehe ich dann auf dem boden wieder ich denke ich wäre immer noch ein das ist der land fiction nein die in zehn phase ist in zehn phases kommen jetzt ich glaube ich habe ich habe ich habe glaube ich ich habe glaube ich das war das das war das hilfe ja das ist toll 19 minuten 92 19 minuten 92 ich würde dem level noch vergnügen hier warum ist alles grün, warum sind meine Icons grün weiß ich nicht ich glaube ich muss meine Icons komplett schwarz machen 60 Attempts Alter